Oh, Sticks. Das wäre halt cool, wenn man in Minecraft noch so Wendeltreppen bauen könnte. Kann man ja... Naja, das ist zu groß dann. Gehen aber nach nichts aus. Haben nicht zufälligerweise schon Fichtensätzlinge oder sowas, ne? Ne. Noch nicht. Ne. 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 das geht sogar 220 ähh... Game Mode 0... äh... nicht 0 1 TP Con noch 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Also der Spawn wäre im Wasser Ja, von mir aus Wir haben alle schon mal in einem Bett geschlafen also Ja, aber wenn neue Leute kommen Ich hab was gefunden Wir setzen irgendwo anders eben Ja, da ist ne Insel Kannst du ja noch ein Schild dazu hinsetzen Schwimme zur Koordinate so und so Dann bist du am Anfangsding Ja, ich kann bauen Nee, kann ich nicht mehr bauen Hm... Wie setzt man den Spawn Point? Setz spawn Oder? Ja... Ich dachte... Set world spawn... So glaube ich Ach... Set world spawn... Ok... Set world spawn... Jep Aber eigentlich kannst du es auch mit Tab dann... äh... sich komplett ausschreiben... Ah ja... Woll... Jetzt gehts... Jetzt kann ich bauen Das klingt glaube ich auch mal mit nur Set spawn... Früher war ja alles leichter... Damals 1915... Ich weiß es noch... Als ob es gestern gewesen wäre... Es regnet... es regnet... Ach... Ach... Ich hasse die Ecke... Ich muss mal gucken... Ob ich da irgendwas finde... Was das automatisch deaktiviert... Als command block machen... Ja... Mit einer clock... Ja... Oder wie... Ne... Das... Äh... Ich weiß nicht wie so ein command geht... Aber das ist dann halt automatisch... Wenn Regen anfängt... Der dann... Regen automatisch beendet... Ich glaub das geht auch ohne clock... Da muss ich mich mal slow lesen... Weil das ist ja echt zum kotzen... Kannst du Wetter nicht von Haus aus aus machen? Nope... Ich dachte das ging mal... Ja... Eine dicke Treppe... Hm? Eine wunderschöne Treppe... Wo? In den Berg rein... Oh... Ich kann in Kanus Haus spannen... Ich kann in Kanus Haus spannen... Wo baust du überhaupt? Ich? Äh... Bisschen... Überhalb von Kanu... Überhalb von Kanu... Links von mir kann man sagen... Oder? Ja... Ach da... Und... Bauen wir in einem Dreieck... Ja was hast du denn hier für ätzende Nachbarn... Ja grausam ne... Ich hab Kanu überhaupt nichts getan... Ich mein ja nicht dich... Ich mein die Nachbarn ohne... Die hier kein Haus haben... Dann sind das ja streng genommen noch keine Nachbarn... Oh... Du hast zwei Digas... Und fünfmal Hackte... Hä? Nix... Nix... Ich halte regelmäßig Inventur... Ja... Hallo... Dann fällt dir das ja auch... Wenn ich was klau... Das ist mir auch... Okay... Ja okay... Wie bitte? Ja du und ein zweites Stockwerk... Mhm... So ein bisschen verwinkelt dachte ich... So ein bisschen klein für den Anfang... Dann baue ich irgendwann... Irgendwo voll das... Monsterprojekt hin... Was ich mir mal wieder nicht beenden werde... Äh... Ja... So ist das der Plan... Wieso ist bei den Schafen ein Zombie? Ähm... Das ist das Zombieschaf... Wollen wir ins Bett gehen? Komm mir aus... Ey... Ich wollte mich grad genau ins gleiche Bett legen... Was ist ein Monster nennen? Kann ich uns hinlegen... Noops... Anfänger... So... Ja... Ich habe ein Screenshot gemacht... Wieso habe ich ein Screenshot gemacht... Wieso habe ich ein Screenshot... Was baust du da? Ich hier... Ich baue mir ne Höhle... Höhle... Ne Hobbit-Höhle... Baue mir eine Höhle... Mit... Mh... Du musst so Schleusen machen... Und dann können wir ne... Ne Tsunami hier drauf rollen lassen... Und du überlebst... Like a boss... Aua... Wie 2012 der Film... Mhm... Wobei... Ich finde den gar nicht schlecht... Ja... Der ist recht gut... Ja... Hast du dich da bei meinen Bäumchen untergestellt? Das finde ich aber gar nicht nett von dir... Sonst das so intelligent sind und sich vor der Sonne verstecken... Nein... Nein... Das gab es früher nicht diese Intelligenz... Oh my god... Also jetzt ist die Frage... Ich habe jetzt unten Wolle... Dann mache ich oben Holz... Und ich mache das... Ich kann mal grad Weizen um die Schafe zu vermehren... Ich mache unten Holz und oben Wolle... Ich glaube das sieht besser aus, oder? Oh no... Huh... Weizen, Weizen, Weizen... Was für ein Texture Pack spielt hier? Honeyballs... Mhm... Sieht einfach gut aus... Und was für ein Texture Pack spielst du? Äh... Noch Phase wohl... Aber ich will das ändern... Ich weiß nicht in welchem... Zu welchem... Packs? Da habe ich auch eine Zeit lang... Aber das geht dann irgendwann nach einer Zeit auch in den Sack... Hm... U-T-I-D-I-D-I-D-I Entschuldigung... Ja genau... Ähm... Du kannst... Hier... Zur Not auch... Wie heißt das? Das andere was da noch gebraucht wird... John Smith! Genau... Wie, John Smith? Das hab ich auch, aber das mag ich nicht so. Das ist so düster, find ich. Ich mag auch mehr diese ganze Auffacke, die ich nicht mehr habe. Du magst auch... Okay, tschüss. Ciao. Was soll's? Du magst auch mehr dieses Ganze? Bring dein Satz zu Ende. Niemals. Ich mag mehr so simple Texture Packs. Das wollte ich eben sagen. Achso. Mieser? Nee. Simple, nicht so realistische. Ich weiß jetzt, was ich jetzt kratzen habe. Also ich mag am liebsten wirklich meine Kraft. Hm, ja. Sieht einfach gut aus. Auch mal, das ist echt geil. Hm? Das ist auch geil. Das hatte ich auch mal und das lad ich mir jetzt wieder runter. Find's bloß blöd, dass es bei mir momentan so ein bisschen verglitscht ist, weil es ist ja noch nicht fertig. Ja, das sollte ja vor... ...monaten... ...und drei... ...community-projektmäßig werden. Ja, aber erst wenn die Assets richtig laufen und das tun sie nicht. Ja, die sollte sie vor mindestens drei Monaten ein Jahr angepasst haben. Mit Sammy zusammen. Ja, richtig. Mhm. Wie lange ist das hier? Und ja, ist... Ich weiß dann endlich wieder, wie das heißt. Hm? Ich hatte das auch mal und ich wusste nie, wie... Dann hab ich irgendwann Minecraft komplett neu gemacht, aber auszusehen die Chapax mitgelöscht. Hm, das von Honeyball? Ja, ja, genau. Das heißt meine Kraft. Das heißt... Ja, ja, ja. Es ist... Aber das Problem ist, es gibt ja noch keine offizielle Variante davon. Es gibt ja nur ne Subscriber-Only-Variante aktuell. Ja, und Beta-Tester. Gab ja noch kein neues Update, ne? Nicht, dass ich wüsste. Es ist immer noch die 1.3 irgendwas. Ja, die überhaupt... Funktioniert die überhaupt? Äh... Nicht... Es ist keine Standalone. Ich hab die 1.2.5. Die 1.2.5. Die 1... Ich spiel mit der 1.2... Äh... 1.2.3. Oder? 1.3... 1... Ja, es gibt ja die 1.3 und die 1.2.5 und ich spiel mit der 1.2.5, weil die halt... Funktioniert. Also... Dann hast du das falsche John Smith. Nee... Ich hab das John Smith für die 1.8.1. Du brauchst das John Smith Legacy heißt das. Ja, ja, hab ich für die 1.8.1. Und es funktioniert. Sehr gut. Hab ich das von dem geupdateten Ding von der 1.3 drin, dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Äh... Okay. Hast du... Aber du hast schon meine Kraft, äh... Ja, ja. Übergelegt. Ja, natürlich. Boah, Alter, wie die Hasen einem direkt hinterher springen, weil man gerade eine Karotte in der Hand hat. Meine Güte. Ist das Crack oder was? Pingu... Pingu Enraged. Ja, vor allem ist es auch schwer, die hüpfenden Kackfiecher durch das kleine Zaun-Tro durchzukriegen. Dann musst du es ja größern. Nee, keinen Bock. Ähm, Chapton, ja, das ist ein eigener Server. Mit Whitelist. Hm? Au. Mhm. Heim? Vielen Dank, Nhung. kann man nicht mitzocken wie gesagt ist mit whitelist und die adresse hat auch nicht jeder von daher ich muss mir echt mal einen neuen root server dazulegen dann kann ich auch mal einen community server machen wir bräuchten mal kühe dann können wir ein enchantment table bauen